Guck mal, die fangen jetzt schon an zu relativieren, guck mal. Links bessere Basen, schreibt er. Ist das doch wieder ein Bullshit, ey. Die sind einfach nur Mädchen, da ist einmal jemand drin bei uns, der nicht Arsch ist, und schon haben die alle angesehen. So, Pao. Die werden sich jetzt ganz gerade hinsetzen, lass mich verstehen. Deswegen musst du dich noch gerade hinsetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Was sind denn die News des Jahres, ordige Lobe, haben wir was? Oh, das ist zu eng. Das ist zu eng, oder? Das ist zu eng! Clip it, clip it! Scheiße. Das ist halt, wenn man die Map nicht spielt, seit 50 Jahren, ey. Ist das eine Map, die man spielt? So, kennt man die? Der ranked halt. Wer ist die Map? In Ernst? Ja, ich habe nicht aufgepasst, als wir gerade gestartet haben. Die kennt man ja auch wirklich. Ey, das sind halt einfach drei, dreißig, vier verschiedene Basen, also... Man kennt doch wohl die Map hier, Junge. Wie heißt die denn? Ja, die kennt man doch wohl. Muss ich jetzt nicht sagen, wie die heißt, ey. Liegen, also, die heißt auf Deutsch Liegeplätze. Ich weiß nicht, wie die auf Englisch heißt. Das war einfach vier verschiedene Basen, aber... ...und nicht so schlimm. Ach, sag ich. Ja, du hast ja eine andere, ne? Jeder hat eine andere als du. Na gut. Es sind vier verschiedene. Welche hast du denn? Sag ich nicht, dann werde ich gefokust. Von wem? Von den Gegnern. Die kommen dann und, 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 und wollen mir, mir an, mir an Späder. Ja gut, also, du kannst, ich weiß ja genau, welche du hast. Also, sonst würdest du ja, sonst würdest du ja nicht fragen, welche, wie die heißt. Du brauchst ja nicht zu fragen. Es gibt ja nur eine Welt, wo du das fragen würdest. Boah, komm jetzt, komm jetzt wieder in dieses eine Ding, wo, wo wir das schon mal hatten, dass du immer gesagt hast, ja, ich weiß genau, wo du bist. Ja, du bist halt, du bist der zweite von oben, du warst halt, Junge. Bist du dir ganz sicher? Ja, natürlich, bin ich mir ganz sicher. Aber man sollte sonst fragen, welche Base das ist. Ich hab nicht gefragt, welche Base das ist. Ich hab gefragt, welche Map das ist. Ach, Junge. Ja, das macht tatsächlich einen Unterschied gerade. Ja, du hast recht, der Geist, ein riesen Unterschied, sorry. Na, in deiner, in deiner komischen, weirden Schlussfolgerung ist das tatsächlich ein Unterschied. Ja. Ja, dann guck nachher am Ende des Games mal, wo ich bin. Ich guck gar nicht so, ich weiß genau, du bist. Welcherlich, Alter. Ich becher mich weg, ey. Ah, Keeper, hau raus, was in deinen Fassern steckt. So. Ich saß aus, was mich vergessen lässt. Ich kann doch einmal noch solche Scherze hier, ey. Lele einfach nur, dass du am Ende guckst. Mehr will ich gerne. Ja, du bist das doch. Ich hab gestern in der Bild, dass du bist, ey. Also wirklich so ein Schmarrn jetzt eigentlich, Junge. Nein, nicht. Das ist ein Schmarrn. Das ist ein Schmarrn, oder? Wird der Mu jetzt sagen, ey. Das geht hart. Die süße Spaß, oder? Also wenn es einen Satz von Mu gibt, dann der... Die süße Spaß, oder? Oder wie? Die Küche macht irgendeinen richtigen random Scheiß. Der Mu, der guckt dich nur so an. Die süße Spaß, oder? Weil er neben guten Küche einfach nicht... Das Küches Späße nicht tolerieren kann. Küche steht nach zwei Tagen und zwei Stunden Schlaf in der Fußgangzone über 40 Grad. Da sagt so, ich glaube, ich werde oben, wenn ich nicht Junge. Mu so, die ist zu Spaß, oder? Das war so ein typischer Trip nach Wien, ey. Wenn ich einer frag, wie war der, dann sagst du, weiß ich nicht. Aber vollkommen ehrlich, sagst du das. Das weiß ich nicht, wie der war. Ich weiß nicht, wie ich es fand, wenn ich irgendwo war. Digga, warum hängt denn der Chor an der Forderung? Wer hat sich denn die Scheiße schon wieder aus hier, ne? Jetzt noch nicht, du kennst den Möpf nicht. Okay, du packst mich so ab, ne? Es ist doch so... Es ist doch so unlustig auch einfach, ne? Du hast selber gelacht, du Schweinesau. Ich habe meinem Leben noch nie so etwas Unlustiges gehört. Wie kann das denn sein, dass das hier nicht gleich raushängt? Hä? Rap ist auch nicht symmetrisch, also die Gegner haben ja... Also nicht... Nee, das meine ich gar nicht. Ich rede hier von der Chorscheiße. Weil die Node weiter hinten ist, aber wieso? Tu das Node, Alter. Tu das Node, das hat Moped zu, laut ist. So, ne, ne. Eckhardt, Werner! Was frisst ihr meine Kohlen? Ja, wenn ich... Irgendwenn ich eins im Traum verfolge, dann ist es deine Werner Interpretation, ey. Aber röhrig. Ich weiß es doch nicht. Ich kann mich doch nicht aussahmen. Ich kann mich mal nicht erinnern, ich bin mal nicht mehr mit. Der Botte? War nicht schlecht, dann hätte ich gar nicht erwartet. Ja, auch nicht. Hätte seine Defense noch nicht ready. also hast ihn quasi heimtückisch geholt kann man so sehen muss man aber nicht meinst du das problem ist es hat schon connected ich glaube noch ein gegner ja ich glaube der nicht gebaut zumindest nicht ernsthaft ernsthaft schmerzhaft genau das sei ernsthaft schmerzhaft wenn es nicht in port sonne sagt sage ich das eigentlich das ist hier ernsthaft schmerzhaft ich habe mich daran nicht verbinden wieso nicht das ist ein bitter was sagt er mal rein ich sage immer mit schmidt was ist doch gar nichts dieses loch das da ja und die aktive das loch meinst du ja das loch meint ich bin stolz auf dich danke so mama ließe geht doch man kann das sagen so einfach so einfach ist halt einfach kann das sein weißt du was toxic wäre es geht leider nicht ich habe es heute nicht gehört was toxisch wäre aber alles gut weil es nicht weil es eh nicht geht jetzt werde ich versuche zum dropshot zu holen alter richtige verzweiflungskacke vorsichtig sein na bin ich alles gut ich mache mir sonst sorgen danke danke ich kann mal wieder nicht gut auf den typen schließen der da oben ist ja das liegt daran dass das eine gute map ist damit glaube ich wirklich absolut nichts zu tun das ist einfach das weiß ich eigentlich auch aber halt auch schon wieder sondern eigentlich drin so wie man top ist ich spiele mal voll gut ob das ich bin ich bin ich bin ich da dabei na der macht der macht halten der macht uns wegen echt ja das krank wo ist was ich bin es nicht oder macht was krass ist glaube ich junge junge der hat das ding ja so nein warum denn man wie kann man das war ja so krank alter hätte nichts mehr gemacht und einfach gewartet bis irgendeiner weiß ich nicht wie der gigante und einfach geholt hätte wenn einfach als held gestorben als märtyrer junge ist einfach so doll als märtyrer gestorben so ich würde sogar sagen an fünf türe hätte gut uns etwa für fett und verschwitzt und ich bin selber fett und verschwitzt alter ich habe ich mache das zweite kill hat nur nicht an weil ich so übel also sollte man diesen filmigen sein sehen ich mach das mal an okay du bist ruhig du bist ein richtiger hälter da fängt schon an oder nur mal gucken da wollte eigentlich schon wieder hätten als antwort dann ist mir eingefallen würde ich ja die aussage schädigen und dann hast du dir über übel gesagt wusste nicht was du sonst sagen soll ich ja genau so fängt es an jaja genau